Aber jetzt gehen wir trotzdem nochmal aufs Klo, weil ich will wissen, was auf dem Klo passiert. So. Ja, bestimmt ist die zu gut für TikTok. Egal, jetzt geben wir uns hier diese Toiletten-Action. Die wollen wir mitkriegen. So. So, jetzt ist das zu hier. So, jetzt kommen wir gleich diese Spuren. Jetzt geht's los. Genau, ich fühle mich besser. Huch. Mach mal auf. Sehr gut, da ist nichts. Auch nichts. So. Die Vorsprung führen raus, aber nirgends hier hin. Ich meine, die alte hier rumreicht, wissen wir ja jetzt. Abgesperrt. Da ist der Aufzug. Haben wir hier noch irgendwas? Mich nervt das immer noch mit diesem Foto gestern, dass wir das vergessen haben. Das nervt mich. Das nervt mich tierisch. Ich hab's mir heute schon den ganzen Tag überlegt, ob ich dann nochmal nochmal neu ansetzen und das Foto mitnehme. Aber ich hab' geguckt, ob's in dem Spiel mehrere Endings gibt, das vielleicht zusammenhängend mit dem Foto ist, aber scheinbar nicht. Das ist einfach nur ein Sammelstück, was aber nicht irgendein Ending ausmacht. Also von dem her verpassen wir zum Glück nichts wegen diesem Foto. Deswegen mach' ich's jetzt auch nicht mehr. Werden wir jetzt damit ein Ending bekommen oder ein anderes Ending, hätte ich das echt gemacht mit dem Foto nochmal. Aber da ist nichts bringt, sparen wir uns das Foto. Alles klar Kai, alles gleich, alles klar. Die ist doch gestern hier aber noch spaziert, die alte. Ah ne, hier ist sie. Kommen wir hier wieder raus? Ja, ok. Ich hör' sie. Da ist schon so, Madame. Geh rein, geh rein, Fräulein. Tür zu, 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 Schrank, sehr gut, mit Loch drin, Blut. Ich geh' jetzt mal hier. Ich kann mich nicht ducken. Wenn ich in diesem Schrank bin, hab' ich's verkackt. Ich kann mich nicht drucken, äh, ducken. Jetzt kommt die, jetzt hat die uns. Ich kann mich nicht ducken. Ja, der wieder muss auf Twitch, wie gesagt, TikTok kann ich grad nichts dafür. Hey, Lundwasser. Es geht nicht, ich probier's, äh, Fenster, Lisa. Guck, die guckt in diese Spinte rein. Ich kann mich echt nicht ducken, ohne Scheiß, Leute. Ich kann mich nicht ducken. Ich kann mich nicht ducken. Hey, Philipp, servus. Das heißt, wir sind kaputt. Wir sind am Arsch. Ich kann mich nicht ducken. Hey, Stromausfall, servus. Ich kann mich nicht ducken. Die hat uns jetzt wieder. Hey, Süße, leck meine Füße. Oh, yes. Ja, Philipp, natürlich kenn' ich dich noch. Guck, so duck ich mich. Die kommt jetzt direkt von links. Oh, 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 so schnell hab ich nicht mit dir gerechnet. Ho, ho, ho. Alles klar, Lisa. Hi, DJ Naik, was geht, was geht? Ich hab' die Rush mal durch, aber da war sie schneller an der Tür. Scheiße. Egal, dann warten wir jetzt halt. Aber bis jetzt nicht noch dunkler hier. So bin ich überbelichtet. Das war knapp, ja. Das war knapp. Ja, klar, DJ, klar. Hey, DJ, wenn's bei dir auch hakt, wie bei den anderen auf TikTok, da musst du leider auf Twitch. Mensch, da hakt es nicht. Keine Ahnung, was TikTok wieder für Probleme hat. Verschwinde, Madame. Ja, genau, mach am besten noch gleich auf. Sehr gut. Hey, Ami Monroe, vielen, vielen Dank für das Sub. Alles klar, DJ Naik. Voll, voll. Vor allem das Geräusch von diesem Cutter. Von dem Messer. Da läuft sie. Da läuft sie. Von da kommt sie. Lauf weiter. Hey, Bad Wolf, vielen Dank fürs Folgen. Ah, scheiße, Ami Nakoi. Die kommt, Ami Nakoi. Mach die Tür zu, Digga. Boah, die hat uns glaub nicht gesehen. Ich glaub, das hat mit der Tür geklappt. Danke, danke, Ami Monroe. Sehr gut, Sturmauswahl, finde ich klasse. Oh, die blöde Kuh. Diese blöde Kuh. Die hat uns was gehabt. Die ist jetzt links, oder? Nein. Oh, die kommt. Ja, ich. Falsche Taste gedrückt. Verdammt. Das wird jetzt wieder hier ein Akt, ey. Ey, Sturmauswahl, vielen Dank fürs Follow. Hey, Raptor, was geht? Was geht? Alter Homi, alles fresh. Sollen wir sie anleuchten? Nein, Spaß. Die schnuppert. Ja, mir geht's noch gut. Mir geht's noch gut. Boah, das ist jetzt ein Akt, ey. Das ist deine Meinung zu Sushi. Sehr geil. Meine Meinung zu Sushi. Geil. Stehe ich drauf. Ich mag es. Ich glaub, wir müssen jetzt hier in diese Tür vor uns. Ne, die geht ja gar nicht auf. Alter, du Pussy, Mann. Lauf doch einfach weg. Herrgott, die nervt mich. Die geht mir auf den Sack. Die geht mir auf den Sack. Ohne Scheiße. Hulst jetzt. Hulst jetzt. Ach, da ist sie. Die nervt mich, Mann. ja die macht sushi aus uns das stimmt anja ja genau jetzt läuft zurück ja komm mach auf mach auf und blut mir ein ohne scheiß thailändische sushi hier ohne witz man 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 ich würde sagen mit mail buchia oder mail kann man doch auch nehmen als hosenbinder oder genau hätte jetzt auch gesagt hat mir das angesehen man muss ein bisschen seitlich stehen und wird auch genau wir müssen wir brauchen das schlachtplan leute mit käsessoße ja genau mein ganzes letztes leben einfach nur im schrank heute wir machen euch einfach gar nichts wie man schlank simulation jetzt kommt die wieder alter was ist das eigentlich für eine zwar ohne witz die lässt mich nicht mal mehr raus die lässt uns nicht mehr raus die lässt uns nicht raus ich glaube wir müssen sie hier in diesem raum irgendwie austricksen ich glaube ich weiß wie ich mache den tisch ich mache das licht ja gar nicht an aber ich glaube ich weiß wie wir hier sehen die hier in dem raum kriegen wenn sie jetzt rechts und kommt müssen wir links rum jetzt kommt er gleich wieder rechts rum angelaufen die dreht sich jetzt um guck jetzt kommt sie hoffentlich rechts rum und dann können wir links rum sie austricksen ja die müssen wir hier austricksen dann elektra auf lauf forest lauf lauf scheißegal lauf einfach das war jetzt kein guter ort lauf ok scheiße ok sie kommt gibt sie irgendwas im klo damit wir wissen dass wir hier nicht mehr rein müssen ok wir müssen hier nicht rein scheiße wir müssen also nicht auch dahinten nicht sind hey der metall hey sandra hallo auch nicht wir müssen rechts rein sie kommt rein ich glaube wir müssen zum pc der links neben uns leuchtet sie geht wieder sie geht wieder ja guck in die schenkel du posse ohne scheiß man ganz gefährliches eis hier ganz dünnes eis behebnis ich sehe ihre schönen beine jetzt müssen wir warten bis hier raus geht vorerst mal hier gar nichts so ist gut schneeflocke so muss sein die starb jetzt raus mit dir freulein weiß ich habe keine ahnung ich suche eine schlüsselkarte nein du kommst jetzt nicht hier rein scheiß drauf was karte registrieren macht doch ausgebäck aus zu registrieren was 1 strich 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 06 was vergisst nicht 1 4 strich und eine 6 ernsthaft ernsthaft da schauen und zettel 1 8 3 4 7 6 1 8 3 4 7 6 1 8 3 4 7 6 1 8 3 4 7 6 1 8 3 4 7 6 enter gut hat geklappt sehr gut hey luchen servus was geht so wir haben die karte scheiße fickt mich doch nicht man nein nein ich bin nicht da nein blöde kuh die versperrt mir weg digga die versperrt mir weg schön aus gut wir haben die karte wo wir sind erstmal safe ja wie immer wie immer immer spazieren laufen sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut king gamer jetzt ist sie hier drin jetzt müssen wir sie doch wieder ausdrücken dac 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 sie hier drin immer austricksen sonst kommt ihr hier irgendwie nicht über die runden aber ich glaube die fangen jetzt direkt beim dings an bei der karte jetzt so war es ja im labor auch ja dann haben wir die karte ja wir haben die karte oder ja wir haben die karte sehr gut blöd ist die tür zu da läuft die kommt jetzt die konnte ist das ist gut war dann können sie hier austricksen würde hier ein kommt die kommt jetzt hier ein los loko atmen atmen ja so und hier kriegt man sie jetzt wieder hier können sie jetzt austricksen wer hat das macht schäden guten appetit dann müssen wir wieder in den ersten gelbigen der karte die haben wir im ersten gebraucht eine fragerunde an die männer hier die hier smash ah ja genau der tür zu der murdoch sagt trash sehr gut sand für uns selber äh pass or smash heißt es doch pass oder smash heißt es doch wie keiner wird die smash was ist los bei euch was habe ich denn für eine männer für eine männer community hier so wir machen jetzt ein bisschen schnell durchgang hier also ich habe ich nicht drucken es steht hier nichts mehr drucken ohne scheiße steht nichts mehr drucken heute nicht gut warum sandler ich kann mich nicht drucken leute so geht es erzhaft ich muss mit der maus wackeln ich muss seitlich gucken und seitlich gucken tut man mit der maus was ist wenn sie die man schon hat dann noch mal rapi immer wenn zwei mal geht macht zwei mal wenn zwei mal geht macht drei mal was man hat das hat man ok cool einfach voll trocken ok cool kommt jetzt wieder diese ladyboy wurde nix machen liebe mit mir alles klappt hier kann jetzt hoch jetzt kann ich hoch ich weiß ganz genau wo ihr hinguckt jetzt geht es raus sehr sehr anhänglich heute massage mit happy hand bestimmt aber diese gerät gefällt mir nicht für happy hand die hat es nicht gesehen dass wir hier drin sind klo erfahrungen sammeln raptor oh shit alter scheiße ja lucia sorry dass sie die am sonntag glaubt war das sonntag so blöd angefangen habe im spiel visage ich habe das irgendwie falsch gelesen oder falsch verstanden da hast du nämlich irgendwie glaubt gemeint ja dann lest nicht oder so ihr habt ziemlich falsch verstanden da bin ich voll blöd angeschwärzt ähm sorry das war so nicht gemeint wie gesagt ich hab's falsch verstanden also nicht böse sagt er hallo drückt auf ok er drückt nicht scheiße hin foto ja das stimmt ach so ok wenn du es nicht warst dann war es keiner dann ist auch wurscht egal dann ist gut so wie gesagt war so nicht gemeint er muss jetzt diese kloaktion nochmal machen wo sie jetzt hinter ach so ja ich war jetzt echt der meinung dass du es warst lucia aber alles klar alles klar dann wenn sie keiner beleidigt fühlt dann ist doch alles gut ja käs von gestern ich weiß aber dann wenn du es nicht warst auf jeden fall habe ich irgendjemanden blut angefahren was scheinbar ja scheiße war ich habe jetzt eine karte das ist schlecht ich komme jetzt nicht weiter ich habe hier aber auch keine treppe und das hier geht auch nicht auf das ist nämlich guck das wäre so ding und einstellt not treppen geht uns die ich aber auch nicht aufgehen die karte zu ihrem herzen ja genau nicht die rose sondern die karte karte hey isort servus auch nicht wir haben doch die karte oder leerer ausweis da ist doch so ich weiß was ich muss aber in den ersten ach so durch ach ich bin im zweiten jetzt okay ich habe dachte ich bin im dritten ach ja klar ich bin im zweiten steht ja hier drin wir müssen in den ersten aber der erste knopf vom ersten ist kaputt ach nee wir müssen jetzt alle stockwerke durch machen wahrscheinlich irgendwo ist wahrscheinlich oben das ding offen wir müssen lange auf den ersten unten te ni